Hey Freunde, was geht ab Leute, was geht ab Leute, Leute, haltet euch alle fest, weil wir heute einen Account machen von Patrick. Leute, ihr habt es richtig gehört, Patrick. Leute, und wir werden heute Patrick eingeben und let's go. So, es heißt, ich bin ein Junge und go. Äh, ich muss erstmal gucken, okay? Ja, er heißt Patrick, weiß ich. Leute, wir werden diesen Account jetzt machen. Hm? Das bedeutet, eine fette, nice Runde. Äh, Leute, weil Patrick auch sehr cool ist, jetzt 5, 5, dann 7, dann 9, 6. Okay Leute, jetzt geben wir den Passwort ein. 8, 8, 7, 7, äh, ich zeig den Passwort. 8, 5, 5, 4, 4, okay Leute, ihr seht den Passwort, es heißt, oh, zu spät. Ihr könnt es sehen, nur für ein paar Minuten, ihr müsst nur Stopp machen und dann seht ihr das, okay? Leute. Und Leute, wenn ihr die 2.000 Likes erreicht, dann werde ich ein neues Account machen, wo ich Sonic, ihr habt es richtig gehört, Sonic. Wenn ich, wenn ihr es schafft, die 2.000 Likes zu erreichen, dann werde ich das Video hochladen, wo ich Sonic Account mache von Roblox. Okay Leute, wir sind jetzt bei Patrick Account angekommen. Okay, Leute, wenn das Video euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und Leute, ich werde dann ein Sonic Video machen, äh, wo ich ein Account mache von Roblox, Leute. Dann müsst ihr die 2.000 Likes erreichen, dann werde ich mir dieses Video hochladen, wo ich, äh, Sonic Account mache. Okay, Leute, wenn ihr die 2.000 Likes erreicht, dann werde ich Sonic Account hochladen, Video. Okay, 3, 2, 1 und go. Dann haben wir das Video hochladen, Video hochladen, Video hochladen, Video hochladen.